Hallo und herzlich willkommen SafeMoon Army hier auf meinem Kanal. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle und im heutigen Video werden wir zwei Themenbereiche näher durchleuchten. Einmal die SafeMoon Blockchain und zum anderen die SafeMoon Exchange. Und das sind überaus spannende Themenbereiche, also mit der SafeMoon Exchange sieht das jetzt erstmal soweit gut aus. Da möchte ich aber gleich nochmal eingehen und auf die SafeMoon Blockchain. Das wird nämlich auch ein ganz, ganz spannender Part werden heute. Denn wir haben in den letzten vergangenen Tagen die ein oder anderen Nuggets durch John mitbekommen, wie es um die SafeMoon Blockchain nun schlussendlich ausschaut. Und für mich war seit Monaten immer die brennende Frage, wie nun der Konsensalgorithmus im Hintergrund ausschaut. Weil das wird letztlich das Herzstück einer Blockchain sein, wie der Konsens im Inneren ausschaut, wie ein Konsens gebildet wird. Und das ist überaus wichtig, diese Frage zu klären, weil es ja rund 100 Konsensalgorithmen gibt. Und die Wahl der richtige Konsensalgorithmus ist für John womöglich eine überaus schwierige, wenn man jetzt eine überaus neue Blockchain eben auch betreiben möchte. Ich möchte mit dir zum Schluss auch nochmal aus Discord zwei, drei Textpassagen einmal mit dir näher durchleuchten, weil die ebenfalls sehr, sehr wichtig sind. Aber ich würde mal sagen, ich will nicht lange schnacken. Wir steigen direkt in die Materie ein, denn ich hatte das gestern auf Twitter gepostet, als ich diese kleineren Breaking News mitbekommen habe. Falls du es noch nicht gemacht hast, kannst du mich gerne auf Twitter abonnieren. Da poste ich auch gerne abseits auch von SafeMoon Sachen rein, die zum Nachdenken anregen. Und John war gestern im Mooncast und im Mooncast hatte er bestätigt, dass der KYC, was vor einigen Tagen durchgeführt worden ist, für die SafeMoon Börse galt. Denn ich habe auch im letzten Video darüber gesprochen, für welchen Bereich man eigentlich KYC betreiben muss. Und da war für mich die Frage entweder die Karte oder die Börse. Und da hatte John uns nochmal bestätigt, dass dieser Screenshot hier der SafeMoon Börse galt. Und das ist überaus interessant, denn John hatte auch weiterhin mitgeteilt im Mooncast selber, dass er gerade dabei ist, Mitarbeiter für den Kundendienst zu finden und einzustellen, weil eben eine SafeMoon Börse natürlich, wie jede andere Börse draußen, Regularien erfüllen muss. Und da geht es natürlich um Auditabteilungen zu bilden und zu gründen. Da geht es darum, auch Mitarbeiter einzustellen, auch einen Operations-Bereich aufzubauen, einen Legal-Bereich aufzubauen, Finance-Bereich aufzubauen. Also all die Strukturen, die du in jedem Unternehmen als Organigramm auch findest. Und das ist überaus wichtig. Und wenn diese Sachen nicht stehen, wird die Börse auch nicht live gehen. Und meine Vermutung an dieser Stelle ist, weil man nicht von heute auf morgen, denn wenn er gerade wirklich dabei ist, Mitarbeiter zu finden, dann ist die Sache so ein Stück weit erst in ein paar Monaten richtig fertig, weil du musst ja alle Abteilungen neu aufbauen, alles von Grund auf neu erneuern, Strukturen müssen geschaffen werden. Also es ist genau nichts anderes, als wenn du komplett von Null auf ein neues Unternehmen aufbaust. Und man muss dazu sagen, Mitarbeiter zu finden ist überaus schwer. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Bezug auf Fachkräftemangel nicht nur Deutschland betroffen ist, sondern auch andere Länder auf der Welt. Aber man muss natürlich da mal abwarten. Ich denke schon, dass die ein oder anderen SafeMoon-Holder sich für die ein oder anderen Stellen bewerben werden. So, wie geht es eigentlich um die SafeMoon-Blockchain? Und über Discord hatte nämlich ein Member nachgefragt, Hey John, wie sieht es eigentlich mit der SafeMoon-Blockchain aus? Und er hat nämlich das allererste Mal auch über einen Konsens-Algorithmus gesprochen. Und zwar ging es hier um Proof of Coverage. So, was ist Proof of Coverage? Ein Schritt kurz zurück, bevor ich jetzt das Thema näher durchleuchte. Wir müssen uns alle in die Lage von John hineinversetzen. Er ist nämlich gerade dabei, eine, ich sage mal, eine innovative Blockchain zu erschaffen. Er hat mehrmals gesagt, dass er nicht auf irgendwelche anderen Blockchain zugreifen möchte. Er möchte was Einzigartiges schaffen, was ich erstmal sehr, sehr toll von ihm finde. Und ich bin mir auch sicher, dass er als Visionär das Ganze so auch erreichen wird. Und da ist nämlich die aller, aller wichtigste Frage, wenn man eine Blockchain aufbaut, dann braucht es einen Konsens-Algorithmus. So, es gibt mehrere hunderte von Konsens-Algorithmen. Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Burn gibt es auch. Proof of Autority und, und, und. Und er hat hier über Proof of Coverage gesprochen. So, was ist eigentlich Proof of Coverage? Da möchte ich gerne mit dir einen Beitrag über Helium einmal mit dir durchsprechen. Denn ihr kennt bestimmt Helium. Helium ist ja eine, 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 eine Kryptowährung, die mittels einer Hardware eine Netzabdeckung zur Verfügung stellt. Und das, der Konsens-Algorithmus, was Helium eben auch besitzt, ist ein Proof of Coverage. Wir schauen uns das Ganze mal direkt an. Und zwar, in diesem Beitrag wird nämlich Proof of Coverage durchgesprochen. Und da ist nämlich Helium auch ein dezentrales, drahtloses Netzwerk. Im Grunde ist es ein Netzwerk, bestehend aus Geräten, die als Helium-Hotspot bezeichnet werden. Diese Geräte sind mit Antennen versehen, können kleinere Datenmengen über große Entfernungen hin verschicken, mithilfe von Funkfrequenzen senden. Die Hotspots kosten so 500 Dollar. Ich glaube jetzt auch im Retail sind die weitaus teurer, weil die überaus lukrativ sind. Und, ähm, ja, und 200 Mal weiter reichen können als nur herkömmliche WiFi-Hotspots. Also insgesamt hast du damit 200 Mal mehr Abdeckung, also Reichweite, als normale WLAN-Hotspots. So, und, ähm, da muss ich an dieser Stelle sagen, das deckt sich auch ein Stück weit mit den einzelnen Komponenten, die wir auch in den letzten Monaten mit hin, ähm, mitbekommen haben. Denn es ging nämlich da auch um das MASH-Netzwerk. So, dass, äh, SafeMoon auch mittels MASH-Netzwerk, äh, auch Konnektivität eben auch gewährleisten möchte. Dass die einzelnen Turbinen zum Beispiel auch miteinander verbunden sind. Und das könnte man rein theoretisch auch mit solch, äh, SafeMoon-Hotspots, wie auch bei Helium der Fall ist, auch nutzen. Oder sogar auch, äh, mit Helium zusammen das Netzwerk nutzen. Das könnte auch nochmal eine Möglichkeit sein, ne? Also man muss ja nicht von, von Grund auf alles erneuern. Und, ähm, ja, und wenn man schon was macht, was so ein Stück weit ähnlicher ist als ein, ich sag mal, Mitbewerber auf den Markt, dann könnte man das auch mittels, ja, ähm, Absprache auch mit nutzen. Keine Ahnung, also ich kenne mich da jetzt nicht in die, in der Materie aus, wie Helium da tickt. Aber kommen wir zurück. Jeder kann das Helium-Netzwerk nutzen. Wirklich jeder. Obwohl die meisten seiner Nutzer bisher Unternehmen wie Lime sind. Also Lime, die, die Elektroroller, die kennt ihr ja alle. Für die Leute, die im Großstadtleben das Helium verwendet hat, um seine angeschlossenen Roller im Auge zu behalten. Also Lime verwendet hier auch das Helium-Netzwerk, um einfach zu, sicherzustellen, wo eigentlich diese Roller eben auch sind. Und ich könnte mir ein Stück weit auch vorstellen, dass die, ähm, die Auffindbarkeit mittels eines Helium-Netzwerkes viel, viel genauer ist als eine GPS-Koordinaten oder sonst was. Und, ähm, so, wie sieht das eigentlich jetzt mit dem Konsens aus? Also wie werden wir eigentlich alle jetzt, wenn wir jetzt Teil dieses Netzwerkes sein wollen, auch vergütet? Und, äh, hier kommt nämlich Krypto ins Spiel. Und neben der Übertragung von Daten belohnen Helium-Hotspot ihre Besitzer für die Teilnahme am Netzwerk, indem sie Einheiten einer Kryptowährung namens HNT erstellen. Diese Token werden dann für jede andere Kryptowährung auf dem freien Markt gekauft und verkauft. Und je mehr du Hotspots verwendest, desto mehr Token kannst du generieren. Ich, äh, könnte mir schon vorstellen, und das wäre dann auch meine Meinung, dass John jetzt natürlich mit der Frage beschäftigt ist, wie man eigentlich jetzt die einzelnen Turbinen, die jetzt in Gambia eingeführt werden, mittels solch einer, ich sag mal, Helium-Applikation, ähm, miteinander, ähm, koexistieren und auch miteinander arbeiten. Und, äh, da könnte rein theoretisch auch wirklich jeder, weil da hatte nämlich John, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, über Discord ein, zwei weitere Informationen gedroppt, die wichtig sind. Und man muss dazu sagen, dass dieser Beitrag noch älter ist. Also, das war, glaube ich, vor ein paar Tagen. Und wir haben ja jetzt, äh, über Discord, was sehr, sehr aktuell ist. Ja, und, äh, jeder könnte rein theoretisch am Netzwerk teilnehmen, indem man solch eine Box eben auch hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es genauso wie bei Helium der Fall sein wird, dass eine massive Nachfrage nach diesen Boxen einhergeht, sodass, wenn das Ganze im Retail 500 Dollar kostet, es auf eBay Kleinanzeigen oder eBay oder sonst wo, dann vielleicht auf Tausende Dollar eben auch hochgeht. Aber, ähm, wir gehen ganz kurz einmal auf Discord ein. So, da haben wir nämlich die ein oder anderen Informationen weiterhin bekommen. Da geht es nämlich darum, ich will das Ganze nur abkürzen, ich hab dir das hier markiert, weil das ist wirklich zu viel. Ich will auch nicht deine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Er sagte hier, da meinte jemand, ähm, ja, ist SafeMoon Blockchain billiger als die bei einem Smart Chain? John hat dazu noch eine Antwort mitgegeben. Und zwar, er sagte, wir erforschen ein, äh, wir erforschen ein Zeugnissystem, also Zeugnis, ne, also Blöcke, ähnlich wie bei Deckungsnachweis. Ähm, das ist ja natürlich Proof of Coverage, also das, was Helium betreibt. Das bedeutet, dass Benutzer in einem gewissen Umfang die Validatoren sind. Also wir alle sind die Validatoren, wenn wir so eine Box haben. Wir können immer noch, äh, einen anderen Weg gehen, aber das hängt von der endgültigen Hardware-Spezifikation ab. Also es wird definitiv eine Hardware dafür geben, damit wir selber im Netzwerk der SafeMoon Blockchain als Validatoren agieren können und somit auch unseren Beitrag auch für das SafeMoon-Ökosystem leisten und natürlich als Gegenleistung dann SafeMoon als, ähm, ja, als Reward eben bekommen, wenn wir jetzt eine Transaktion validiert haben, mit denen wir arbeiten. Wir experimentieren mit ein paar verschiedenen Konsensalgorithmen, also das, was ich vorher gesagt hatte. Ich wollte nur einen kleinen Nuggets mit Ihnen teilen, aber kein Arbeitsnachweis, äh, Arbeitszeugnis. Also er meint hier Arbeitsnachweis, also Proof of Work. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Die Absicht ist es, grün zu sein und die Blockchain dezentral gehostet zu haben. Also, das heißt, man müsste hier einen Weg finden, natürlich einerseits grün zu sein, nachhaltig zu sein und auch das Ganze dezentral zu halten, so, ähm, und dazu möchte ich gerne noch mal ganz kurz was ausholen. Und er sagt auch, wir kombinieren ein paar verschiedene Konzepte miteinander. So, ähm, wenn eine Blockchain überaus dezentral ist, dann heißt es im Trilemma, das ist ja ein Begriff, was Vitalik Buterin vor einigen Jahren thematisiert hat, dass es Skalierbarkeit gibt, es gibt die Dezentralität und es gibt die Sicherheit, so. Und wenn eine Blockchain überaus dezentral ist, dann ist sie im Zwangsläufig auch sicher. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mir wirklich, wirklich vorstellen, dass John gerade dabei ist, einige Blockchains miteinander zu kombinieren, zu schauen, wie man dezentral sein kann, wie man, ähm, überaus sicher sein kann, aber zeitgleich auch skalieren kann. Und mittlerweile, ich, 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 einige sagen, es ist Terra Luna, einige sagen, es ist die und die Blockchain, andere sagen, es ist die und die Blockchain, aber mittlerweile, ich kenne persönlich keine Blockchain, die alle dieser drei Faktoren erfüllt. Und das sind die wichtigsten einer Blockchain. Und man geht davon aus, dass wenn wir, wenn eine Blockchain zwei Bereiche erreicht, also ob jetzt dezentral und, äh, skalierbar, dann ist es nicht sicher. Oder wenn es dezentral ist und sicher, dann ist es nicht skalierbar. Oder andersrum, wenn es skalierbar ist und sicher, dann ist es nicht dezentral. Und wenn, ähm, John jetzt hier das schaffen sollte, ähm, einen Weg aus diesem Trelemma zu finden, also wirklich in all diesen drei, drei Bereichen ein Optimum an Leistung hervorzurufen, dann wäre das auch absolut eine Innovation, ganz klar. Ja, und, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, also er weiß, was Trelemma bedeutet, er kennt diesen Begriff, das weiß ich. Und, ähm, ich bin gespannt, welche Wege er hier auch finden wird. Weiter unten hat hier, weiter unten sprach er nämlich, äh, über die Dezentralisierung der eigentlichen Hardware. So, der andere Punkt ist, den wir betrachten, ist die Dezentralisierung der eigentlichen Hardware. Es ist nicht ideal, eine Blockchain auf AVS, also Amazon Web Service oder Ähnliches aufzusetzen. Wir machen vielleicht am Anfang etwas, aber die Absicht wäre, die Hardware dezentral zu haben. Das heißt, vollständig, netzwerkunabhängig und mit eigener Energie betrieben zu werden. Ähm, so, Energiebeschaffung, ganz wichtiges Thema, denn wie willst du eine Hardware-Komponente netzwerkunabhängig, also wirklich netzwerkunabhängig mit eigener Energie betreiben? Und zwar wäre das Solar. Ganz einfach, es wäre mittels Solar oder auch Wind. Aber ich stelle mir jetzt vor, ich, ähm, stelle mir jetzt nicht vor, dass ich in Gambia bin, sondern ich stelle mich vor, dass ich in New York bin oder, ähm, auch vielleicht in einer etwas größeren Großstadt und ich will auch Teilnehmer dieses Netzwerkes sein. Dann muss es ja eine Hardware-Komponente sein, die wirklich jeder benutzen kann, die, wo wirklich jeder Teilnehmer am Netzwerk teilnehmen kann. Denn wenn du anfangs eine Blockchain hast und auch einen Konsensalgorithmus hast, wo du selber als Validator, ähm, in diesem, in der Blockchain auch arbeiten kannst, dann muss es für jedermann zugänglich sein, dann darf es nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, weil dann wäre es nicht dezentral, dann darf nicht ein Nachteil entstehen, nur weil du in einer Stadt wohnst, wo du vielleicht keinen Wind hast, sollten es Turbinen sein, vielleicht. Dann wäre für mich die Frage, dass es eben Solar wird oder mittels Funkfrequenzen Transaktionen eben zu validieren und das muss dann irgendwie gemeinsam mit den Turbinen einhergehen und ich bin wirklich da überaus gespannt, welche Wege John hier auch wählen wird. Also er sagte ganz klar, es wird kein Web-Service oder irgendwelche Anbieter sein, die eine Blockchain zur Verfügung stellen, die werden selbst eins entwickeln und die größte Frage ist eben die Dezentralität der Hardware, wie das Ganze eben auch ausschaut, weil rein theoretisch, also rein theoretisch darf kein Stromausfall herrschen und selbst bei einem Stromausfall müssten diese Geräte weiterlaufen, weil das gewährleistet die Dezentralität. Wäre genau das Gleiche, wenn du eine Riesen-Mining-Farm einfach vom Netz nimmst, also vom Internet abkapselst, dann kann man da auch keinen Konsens mit betreiben. Und er sagte auch, was dann die Frage aufführt, wie viel Platz wollen wir verbrauchen? Ich meine, wir könnten ein verbessertes System bauen und einen Versand-Container packen oder wir könnten darauf abzielen, es auf kleine Geräte zu hosten. Von diesem Hintergrund müssen wir jetzt die Lieferkette in unseren Entwicklungsplänen einbeziehen. Das sind alle die Dinge, die wir untersuchen. Wie ich bereits sagte, es gibt keine Hardware-Komponente für die ganze Sache. So, meine Meinung, ich habe ganz, ganz lange darüber nachgedacht, über diesen letzten Satz, wie das Ganze ausschauen könnte. Und ich will dir dazu tatsächlich einmal ganz kurz das verdeutlichen, wie ich das meine. Also halten wir fest, wenn wir eine Hardware-Komponente haben oder mehrere, dass das Ganze nicht ausreichen wird, um eine SafeMoon-Blockchain überhaupt zu betreiben. Was ich glaube, und das sagte er auch hier, also er sagte auch, es gibt keine eine Hardware-Komponente für die ganze Sache. Also es gibt mehrere so. Und ich glaube, es werden definitiv solche Router-Hot-Spots-Boxen von SafeMoon ausgegeben oder die man auch selber kaufen kann. Aber ich glaube, jeder Einzelne muss ja irgendwo Teilnehmer des Netzwerkes sein. Und es kann sein, dass eine Wind-Tubbie, es muss ja irgendwie mit Wind-Tubbinen auch einhergehen. Ich glaube tatsächlich, dass es einerseits solch Hardware-Komponenten geben wird, die mittels der Proof-of-Coverage, also eine hohe Abdeckung, gewährleistet, sodass man in diesem System auch mitarbeiten kann. Und ich glaube, es wird noch eine zweite Hardware-Komponente geben, die Turbinen oder die Wind produzieren oder was auch immer. Und es kann sein, nur mal als Beispiel, also das ist wirklich nur ein Beispiel meinerseits, es gibt zwei Sachen, einmal eine günstigere Hardware-Komponente und einmal eine Wind-Turbine, die überaus teuer ist, die sich aber nicht jeder leisten kann und nicht jeder da aufstellen kann, wo er wohnt. Und ich glaube, wenn man solche Boxen hat und irgendjemand so eine Turbine besitzt, könnte man rein theoretisch dann die Konnektivität direkt auf die Turbine lenken, mittels dieser Hardware-Komponenten und das könnte dann in Konsens übergehen und diese Turbine würde das Ganze dann direkt in die SafeMoon-Blockchain mit einspeisen, also da auch Konsens betreiben. So stelle ich mir das vor. Also muss jetzt nicht sein, kann sein. Bin natürlich gespannt, es ist auch nur ein Beispiel an dieser Stelle, wie ich das eigentlich meine. Also ich glaube, es wird mehrere Komponenten dazu geben, die die SafeMoon-Blockchain auf jeden Fall mit Konsensus eben auch versorgen wird. Es gibt nicht nur eine Hardware, sondern mehrere. Und das wäre so auch mein Fazit an dieser Stelle. Ja, was meinst du eigentlich dazu? Wie siehst du das Ganze? Meinst du vielleicht, dass eine andere Herangehensweise vielleicht SafeMoon verfolgen kann oder würde mich stark interessieren? Schreib das gerne in die Kommentare an dieser Stelle. Und ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.